Oh nein, wie kriegen wir den nur wieder? Das ist alles meine Schuld. Ich hab eine Idee! Ich hab's geschafft! Ich bin der Geisterjäger! Das hast du toll gemacht, Heppo! Es tut mir leid, Bob. Ich hätte den Geist nicht fallen lassen dürfen. Ich hatte nur solche Angst. Und jetzt warst du wirklich sehr mutig. Ich bin stolz auf dich, Heppo. Danke, Bob. Ich hab neue Seile dran gemacht. So fliegt uns der Geist nicht noch einmal davon. Und die Kiste stellen wir besser an einen sicheren Ort. Dann brauchst du das hier. Charlie, es waren deine Schlüssel, die geklirrt haben. Und es war die Kiste, die geknarrt hat. Ich hab mir gruselige Dinge vorgestellt. Dabei gab's die in echt gar nicht. Ja, das stimmt, Heppo. Es gibt keinen Grund, sich an Halloween zu fürchten. Es geht um gruselige Dinge, die lustig sind. Ja, jetzt hab ich das verstanden. Klaro. Danke, Bob. Oh, oh, ich kann's gar nicht abwarten, bis das Fest anfängt. Dann lasst uns alles in Ordnung bringen. Oh, ich kann's gar nicht abwarten. Oh, ich kann's gar nicht oberen. Oh, ich kann's gar nicht abwarten. Tja, es ist alles fertig Und Wendy hat es wieder nicht geschafft, mir einen Streich zu spielen Hey, was passiert hier? Ich stecke fest Ich dachte mir, der superklebrige Schleim ist vielleicht doch ganz praktisch Leute, halt da, da ist dein Geist Wir haben dich reingelegt, Bob Das ist super, jetzt fahr deinen Kran aus Okay Noch ein Stück höher Das fühlt sich komisch an, Leo Soll ich weitermachen? Ja! Tja, wenn du das sagst, gut Oh nein! Vorsicht, Leo! Sie rollt weg! Komm zurück, Schüssel! Es geht doch nichts über einen leckeren Fruchtshake von Fritti und einen ruhigen Spaziergang am Fluss Vorsicht! Naja, wenigstens habe ich meinen Fruchtshake nicht... Entschuldigung! Verschüttet Dehnübungen sind ganz wichtig, damit werden nämlich die Muskeln entspannt Sieht echt super aus, Herr Brauer Ich wusste nicht, dass Sie so tolle Bilder machen können Weißt du, ich gebe Unterricht in Abendkursen und... Pass auf! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Sie rollt auf die Bühne zu! Nein! Oh nein! Oh! Wie konnte das passieren? Wieso hast du nicht besser aufgepasst, Heppo? Äh, ich, ähm... Das war nicht Heppos Schuld Ich hab die Schüssel nicht richtig festgemacht, weil ich Fang den Fisch gespielt habe Ich hab Team Heppleo hängen lassen Es tut mir so leid Unsere Bühne ist kaputt und unser tolles Plakat ist zerrissen Und meine Sprühfarben sind leider auch leer Und da die Schüssel im Fluss gelandet ist, werden die Sportis Hochhausen nicht in den Nachrichten zu sehen sein Vielleicht kann ich die Schüssel mit meinen echten Angelkünsten retten Team Heppleo zieht diesmal an einem Strang Und dann heißt's Fang die Schüssel Das ist echt eine tolle Idee, Leo Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Das war's! Das war's! Bis zum nächsten Mal. Ah, geschafft. Die dritte Bodenplatte der Brücke ist festgeschraubt. Das sieht gut aus, Wendy. Okay, Leo, du kannst jetzt loslegen und das Seil befestigen. Schon dabei, Bob. Gut gemacht, Leo. Das Seil unterstützt jetzt den Brückenpfeiler. Danke, Heppo. Du kannst loslassen. Soll ich jetzt die vierte Bodenplatte holen? Ja, bitte, Heppo. Und kannst du mal gucken, wo Buggy steckt? Er wollte noch weitere Seile vorbeibringen. Klaro. Buggy? Was machst du denn hier? Oh, hallo, Heppo. Ähm, ich gucke mir nur das Wasser an. Leo will mir Angst einjagen mit Geschichten von so einem Fisch hier im Fluss. Aber Fische leben nun mal in Flüssen. Vielleicht auf dem Land, aber doch nicht in einem Fluss mitten in einer Stadt wie Hochhausen. Ich glaube nicht, dass Leo sich das ausdenkt. Na ja, sobald ich Bob das Seil gebracht habe, werfe ich noch mal einen Blick drauf. Nur, um sicher zu gehen. Oh. Jetzt kommen noch mehr Seile zu euch rauf. Ich habe das nächste Stück für den Brückenboden mitgebracht. Danke, Heppo. Legst du das bitte am Ende der Brücke ab? Okay. Heppo, könntest du kurz hier aufpassen? Leo, Bob und ich wollen einen Schluck Wasser trinken. Natürlich, Wendy. Kein Problem. Danke dir. Hm. Äh. Hm. Ähm. Hey, Heppo. Hier ist kein Fisch zu sehen. Fahr nicht zu dicht ans Wasser, hörst du? Ich habe doch keine Angst vor Wasser. Guck. Oh. Oh, schönes Wasser. Oh, toll. Ah. Oh, oh. Was ist denn? Ich glaube, da ist was in meiner Baggerschaufel. Oh. Das ist ein Fisch. Leo hat also doch recht gehabt. Ein Riesenfisch mit einem super großen Maul, voller hässlicher Zähne und Stacheln auf dem Rücken. Naja, ich will dir keine Angst einjagen. Aber es stimmt. Ah. Hilfe, Heppo. Nimm ihn raus. Hilfe. Hilf mir. Heppo. Ich denke, wir kriegen die Brücke rechtzeitig zum Lauf fertig, oder? Und wer denkst du gewinnt? Keine Ahnung, aber Sarah Zappel gewinnt fast immer. Kommt schon, lasst uns weitermachen. Ohne Brücke gibt es schließlich auch keine Ziellinie. Hilf mir. Ah. Holt den Fisch raus. Der hüpft in meiner Schaufel herum. Pass auf, Buggy. Fahr langsamer. Ah. Ah. Also dann. Wenn die Heppo, packen wir es an. Ja, die Burg Bauheim ist ein besonders schönes Beispiel für mittelalterliche Baukunst. Es ist Hochhausens ältestes historisches Denkmal. Ähm. Gibt es in Ravental auch historische Gebäude, Bürgermeister Schmoll? Historische Gebäude? Ich kann solche alten Bauwerke nicht ausstehen. Ein Haufen bröseliger Steine, wenn Sie mich fragen. Oh, ja. Natürlich. In diesem Punkt muss ich Ihnen recht geben. Aber Hochhausen hat auch einzigartige Neubauten, nicht wahr? Und genau diese wollten wir Ihnen als nächstes zeigen. Raus aus der Kiste mit den Pinguinen und ab ins Wasser. Ah. Viel Spaß, ihr Pinguine. Hahaha. Was für putzige Tiere. Die fliegen doch hoffentlich nicht weg, oder? Oh nein, das sind keine richtigen Flügel, Buggy. Das sind Schwimmflossen. Sie können schwimmen, aber nicht fliegen. Wie ich sehe, können sie auch hopsen. Ich glaube, denen gefällt es ihr, Leo. Ja, aber sobald ihr neues Becken fertig ist, bringen wir sie zurück in den Zoo. Perfekt. Sehen Sie nur, dieses fantastische Stadion ist Hochhausens ganzer Stolz. Ja, wir hatten hier schon großartige Sportveranstaltungen. Ich habe kein Interesse an Sport. Immer am Kreis herumrennen, springen, in einem Ball nachjagen. Nein, das ist nicht mein Ding. Oh ja, verstehe, Sie mögen keinen Sport. Aber jetzt habe ich etwas für Sie, das wird Ihnen sicher gefallen. Wir haben doch noch etwas, Herr Brauer, oder? Ja, ja, diesmal werden Sie begeistert sein. Hier kommt die neue Scheibe, Bob. Hervorragend. Also, dann wollen wir mal. Wir müssen die Pinguine so schnell wie möglich in das neue Becken bringen. Können wir das schaffen? Ihr will wie es schaffen das! Ich hoffe, die Fahrzeuge kommen gleich. Keine Sorge, die schaffen das. Wo ist Herr Brauer? Ich bin immer noch aus Metall, Herr Brauer. Ach, richtig. Entschuldige, Philipp. Seid ihr alle okay? Ah, uns geht's gut. Ich hatte ein schönes Nickerchen. Ich war noch nie so dreckig. In meinem ganzen Leben nicht. Alles in Ordnung, Bob. Gut, dann sehen wir uns jetzt mal die Sandskulpturen an. Ja! Was für ein Glück. Wie lange haben wir denn Zeit, sie fertig zu machen? Nur zehn Minuten. Diesmal bin ich ganz sicher. Was können wir in zehn Minuten machen? Ähm... Das ist fantastisch. Danke. Also die Idee kam von Papa. Gut gemacht. Wunderschön. Super! Oh. Sehr beeindruckend. Fantastisch! Das habt ihr toll gemacht. Wirklich. Also... Tada! Oh. Egal. Dabei sein ist alles, was zählt. Hä? Also, Wendy. Ich glaube, Sandskulpturen zu bauen, ist nicht so unsere Sache. Wir kommen jetzt zur Auszeichnung unserer Gewinner. Leo und Charlie. Hä? Ja! Gut gemacht! Wuhu! Hahaha! Gratuliere! Dankeschön. Oh. Entschuldigung, Frau Bürgermeisterin. Oh. Das sieht aber komisch aus. Oh nein! Bob, sieh nur. Wir haben vorausgedacht. Warte einen Moment. Die stehen zu dicht nebeneinander. Oh. Oh oh. Oh je. Meine hübschen neuen Windräder. Ich glaube, ich sollte die Bürgermeisterin über dieses Missgeschick informieren. Oh nein! Jetzt sind die Drehdinger hin. Buggy. Oh Bob. Ich wollte, dass in Zukunft noch mehr Winddrehdinger hier Platz haben. Darum habe ich Heppo gebeten, die Fundamente dichter zusammenzuschieben. Das war echt keine gute Idee. Du hättest dich an den Plan halten sollen, Buggy. Ich wollte einfach, weißt du, vorausdenken. Weil Herr Brauer gesagt hat, dass wir das sollen. Es tut mir so, so leid, Bob. Also gut, das Problem ist, dass wir jetzt nur noch drei heile Windräder übrig haben. Die erzeugen nicht genug Strom für das Meereszentrum. Und die Bürgermeisterin möchte die Windanlage heute Abend einschalten. Wir brauchen einen neuen Plan, Bob. Wenn wir bloß irgendwie Strom von der Sonne kriegen könnten, anstatt nur von diesen Winddrehdingern. Äh, du meinst mit einer Solaranlage, Buggy? Oh ja, genau wie im Zoo. Das ist klasse. Ihr bringt mich da auf eine Idee. Aber wir müssen uns beeilen. Auf geht's, Team! Auf geht's, Team! Ich glaube, wir brauchen etwa nur die Hälfte der Erde, um die Gräben wieder aufzufüllen. Willst du nicht nachsehen, damit wir sicher sind? Gute Idee, Buggy. Äh, vielleicht brauchen wir ein bisschen mehr als die Hälfte. Danke, Buggy. Gut aufgepasst. Schön, schön, schön. Ich hab gehört, es gäbe ein Problem, aber alles sieht gut aus. Herr Brauer, warum erschrecken Sie mich so? Bob macht seine Arbeit immer sehr gut. Oh ja, ich habe niemals an ihm gezweifelt. Sie kommen genau rechtzeitig, um alles einzuschalten. Danke, Bob. Äh, ähm. Volle Kraft voraus. Juhu! Die Drehdinger drehen sich! Schneller, schneller! Und seht euch die leuchtende Solaranlage an. Der Weihnachtsschmuck ist fast fertig und ich hab Bob immer noch nicht sein Geschenk gegeben. Jetzt testen wir die Schneemaschinen. Wollt ihr dabei zusehen? Oh ja, das will ich. Auf jeden Fall! Ähm, ich komme gleich nach. Oh, Heppo, bitte! Bring nicht wieder alles durcheinander. Mach ich nicht. Ich würde Bob so gerne sein Geschenk geben, sobald es schneit. Aber wo ist es? Da! Noch ein kleines Stückchen weiter. Ups, zu weit. Oh oh. Bleib dran, Bob. Ich starte gleich die Schneemaschine. Okay, keine Panik. Einfach zurückfahren jetzt. Langsam und sachte. Geht nicht neuer Plan. Einfach mal ordentlich ziehen. Oh oh, noch mal. Also gut, Wendy. Lass es schneien. In drei, zwei... Oh nein! Bleibt alle da! Bewegt euch nicht! Oh oh! Was soll ich tuuut? Fahre nach rechts. Jetzt! Das hatten wir uns ein bisschen anders vorgestellt, oder? Oh, der Weihnachtsbaum. Alles ist kaputt. Ach, Herr Jee. Was für ein Chaos. Wie ist das passiert, Herr Bo? Ich wollte dir nur dieses Weihnachtsgeschenk geben, aber ich habe mich dabei so ungeschickt angestellt. Jetzt habe ich allen das Weihnachtsfest verpfuscht. Das tut mir so leid, Bob. Das wär's. Damit ist die Giraffe in ihrem neuen Zuhause sicher. Peppo muss nur noch die letzten Steine rüberheben, Leo. Wo soll ich diese Blätter abladen, Bob? Das ist das Futter für die Giraffe. Bring es einfach rüber zur Aussichtsplattform. Aha! Kannst du bitte die letzten Steine rüberheben, Herr Po? Okay, Leo. Hier kommen sie. Sieh mal, Herr Po. Da ist die Giraffe. Sie ist da. Willkommen im Bauheimer Zoo, liebe Giraffe. Oh, ich kann sie nicht sehen. Und ich kann mich nicht bewegen, weil ich beladen bin. Warte hier, Herr Po. Ich helfe den anderen, die Giraffe ins Gehege zu lassen. Aber, Leo. Oh, sie ist so groß. Oh nein. Ich will sie auch sehen. Sie ist unglaublich. Es muss doch ein Loch geben. Vielleicht, wenn ich nah genug rankomme. Wenn ich doch nur durchgucken könnte. Oh. Oh. Hallo. Was machst du denn? Es tut mir wirklich leid, Bob. Ich wollte doch nur die Giraffe sehen. Durch den Krach hat die Giraffe Angst gekriegt. Sie ist weggelaufen in den Zoo. Oh je. Ich habe alles kaputt gemacht. Und meinetwegen ist die Giraffe weggelaufen. Keine Sorge, Heppo. Ich bin sicher, das kriegen wir schon wieder hin. Wendy und Leo, könnt ihr den Zaun und die Aussichtsplattform reparieren. Und Buggy, hilfst du ihnen? Okay, Bob. Und wir anderen teilen uns auf und suchen die Giraffe. Okay, Bob. Ich sei notions gute Schritte, Woran. Hol morgen ist jetzt was und draußen! Bis zum nächsten Mal. Los geht's aber auch interpretations Und jetzt wiederhay es einen Batore. Und das ist ein Spann. Puggy, pass auf, wir haben die gerade erst gelegt. Und wer denkt, das war gut, für den wird's jetzt sogar noch besser. Puggy, nein, stopp! Oh, du meine Güte, was ist passiert? Puggy, du hast ein Stromkabel durchgetrennt. Oh, Bob, das wollte ich nicht. Es tut mir so leid, Bürgermeisterin Baugroß. Das ist ja furchtbar. Was ist jetzt mit der Auszeichnung? Seien Sie unbesorgt. Ich bin sicher, wir kriegen das rechtzeitig wieder hin. Wendy? Sieht echt schlimm aus. Wir brauchen bis morgen, um das zu reparieren. Stimmt. Hört zu, Leute. Wenn wir wieder Licht und Ton haben wollen, müssen wir wohl den Notstrom einschalten. Wendy, Leo, Buddel, ihr wechselt die Gehwegplatten aus. Puggy und ich fahren zurück zur Werkstatt. Also dann, Team, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Oh, ich danke dir, Bob. Frau Bürgermeisterin. Hm? Oh, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Test 1, 2, 1, 2. Darf ich bitten, Frau Bürgermeisterin? Meine Damen und Herren, liebe Mädchen und Jungs und Fahrzeuge. Oh. Ich freue mich, den Namen unseres allerersten Helden von Hochhausen bekannt zu geben. Es ist jemand, den ihr alle kennt und mögt. Jemand, der uns allen immer hilft und der immer da ist, wenn man ihn braucht. Und nun enthülle ich, wer auf dem allerersten Stern zu sehen ist. Danke sehr. Bob der Baumeister. Was für eine Überraschung. Buggy hat dich vorgeschlagen. Dieses Fahrzeug ist ein Genie. Danke, Frau Bürgermeisterin. Danke an alle von euch. Ja! Ja! Juhu! Gut gemacht, Bob. Wer bekommt wohl nächstes Jahr den goldenen Stern? Nun, ich will mich ja nicht selbst loben, aber ich habe auch eine Menge für Hochhausen getan. Ich schlage wieder meinen Vater vor. Aber was ist mit Jenny? Was ich? Nein. Du solltest ihn bekommen, Tina. Nächstes Jahr sollte es unbedingt ein Fahrzeug sein. Auf alle Fälle jemand Plüschiges. Oh, was bin ich für ein Schussel. Es ist eine Katastrophe. Was ist passiert, Herr Brauer? Oh, ich habe das Allerwichtigste vergessen. Meine Schatztruhe. Ich muss nach Hause, um sie zu holen. Sie brauchen unbedingt jemanden, der die Probe leitet, während Sie unterwegs sind. Ich fürchte, da hast du recht. Überlassen Sie das mir, Herr Brauer. Du bist meine Retterin, Mixi. Alle Schwerter und Kostüme sind in der roten Kiste, verstanden? Nicht in der grünen. Darin sind die Sachen für das Ende. Okay, Herr Brauer. Rot, nicht grün. Alles klar. Wie sagt man so schön? Es ist nie zu spät, bevor die Sonne untergeht. Wowie! Ein Sack voller Piraten. Unter der Leitung von Herrn Brauer und Mixi. Jetzt komme ich ganz groß raus. Wo willst du denn hin? Wir müssen doch den Weg hier pflastern. Welche Zementmischung sollen wir nehmen? Oh, äh, grün, nicht rot. Oder rot, nicht grün. Ähm, den roten. Ganz sicher? Ganz bestimmt. Auf jeden Fall. Zu 100 Prozent den roten. Okay. Ein Herr mit viel Gold. Oder ein grünes Meer. Hä? Nein, das stimmt nicht. Äh, Goldherr oder ich vergesse mich. Oh, meine Schauspieler brauchen mich. Fertig, Leo. Äh, danke, Mixi. Gern geschehen. Ciao. Äh, ciao. Hallo. Jetzt bitte noch mal alles von vorn. Schön laut. Man muss jedes Wort hören. Alle auf ihre Plätze. Und Action! Land, ahoy! Ich erspähe etwas. Lauter bitte. Die Schatzbucht. Land der Beute. Wir greifen an bei Donnergroll und laden das Schiff bis zum Rande voll. Ah! Etwas Piratenmäßiger bitte. Ah! Das ist es. Hervorragend. Halt! Da kommt der Pirat, den wir alle fürchten. Da kommt der Pirat, den wir alle fürchten. Anton! Ähm, Mixi? Wo sind mein furchteinflößender Hut und mein Degen? Äh, in der grünen oder der roten? Äh. Mixi! Ich brauch noch Beton. Ich komm gleich, Leo. Dein Kostüm ist, äh, glaube ich, in der grünen Kiste, Anton. Bist du sicher? 100 Prozent! Mixi! Bin gleich wieder zurück, Piraten. Wo war ich? Ach ja. Hier kommt der Pirat, den wir alle fürchten. Käpt'n Kraftkeks, der scheußliche Seeräuber. Ah! Ich mag deinen furchterregenden Piratenhut, Käpt'n. Hä? Was ist da so lustig? Wer es wagt, sich mit mir anzulegen, macht gleich Bekanntschaft mit meinem scharfen Degen. Hallo, Tim. Na, was machen deine Partypläne? Okay, Buddel, geht los. Und, Buddel, gehen die Lichter? Oh, äh, entschuldige, Bob. Oh, ja. Alles klar. Okay. Jetzt hab ich's, denk ich doch. Dann lasst uns anfangen. Fertig! Und jetzt bin ich weg, um mir die Drachen anzusehen. Hä? Aber der Graben, war er tief genug? Buggy sagte, er war's. Er hat ewig lange gegraben. Oh, alles klar. Ich hab die Pläne wohl nicht verstanden. Sie waren verwirrend. Okay. Lasst uns den Turm bauen. Ich liebe Drachen. Ich bin schon so gespannt auf die Rutschen. Oh. Wow. Hallo, Buggy. Da du Drachen so gern hast, könntest du doch vorausfahren und aufpassen, dass Schleppo auf den letzten paar Metern nichts im Weg steht. Wirklich? Soll ich? Oh, das ist so cool. Danke, Wendy. Fertig, Schleppo? Fertig, Buggy. Okay, die Rutschenteile sind hier. Heppo wird sie auf die Balken runterlassen. Leo und ich werden sie dann befestigen. Aha. Verstanden? Alles klar. Ja, Bob. Okay, Heppo. Fangen wir mit den Drachenköpfen an. Klaro. Sehr gut, Heppo. So, alles erledigt. Danke dir. Wow. Wow. Das ist echt super toll. Super aufregend. Tja, Drachen sind die Besten. Drachenkörper in Position. Jetzt fehlen nur noch die Schwänze. Hä? Bob, Heppo, warte. Die Stützbalken brechen zusammen. Oh. Heppo, beweg dich langsam weg. Aber Bob, der Schwanz fällt gleich runter. Oh. Keine Sorge, ich fang ihn auf. Nächster Halt, Riesenrad hochhausen. Und ich will, dass ihr euch gut benehmt. Oh je, sie sind ja schon hier. Ich will ganz nach oben, ganz hoch. Oh. Ist es noch nicht fertig? Ähm, noch nicht ganz. Wir warten noch auf ein paar Teile. Oh. Aber dafür könnt ihr Heppo zusehen, wie er das Rad in die richtige Position bringt. Hurra. Gut, dann kommt mal hier rüber, Kinder. Okay, Heppo, es kann losgehen. Klaro. Los, Heppo, weiter. Du schaffst das. Wow. Noch ein kleines Stück. Gut gemacht, Heppo. Ja. Können wir jetzt aufs Rad? Bob hat es uns versprochen. Und Bob hält immer, was er verspricht. Noch nichts von Leo und Buddel gehört? Nein. Und ich mach mir allmählich Sorgen um sie. Ich versuch noch mal, sie anzurufen. Können wir wirklich heute mit dem Rad fahren, Wendy? Natürlich könnt ihr das, Tim. Ganz sicher. Ich weiß was. Während wir warten, könnten wir ein Spiel spielen. Ja. Lasst uns verstecken spielen. Ich zähle bis 10 und ihr versteckt euch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn. Komme! Oh? Wo seid ihr denn alle? Hallo? Leo, wo seid ihr? Wir brauchen die Haken- und Metallplatten. Und zwar sofort. Entschuldige, Bob. Wir haben kurz angehalten und sind eingeschlafen. Was? Aber keine Sorge. Wir sind bald bei euch. Sobald ich Buddel aufgeweckt habe. Ihr solltet euch beeilen, weil... Hast du dich gefunden? Ich hab Bob gefunden! Ähm... Ich hab mich gar nicht versteckt, Heppo. Oh, das stimmt. Buddel, wach auf! Buddel! Buddel! Tja, das sind... ...10 Sicherheitshelme übereinander. Tada! So, Leo und Buddel sind auf dem Weg. Wie aufregend. Hallo, ihr zwei. Habt ihr zufällig Leo gesehen? Ja, schon ziemlich oft. Er meint jetzt gerade Buddel. Oh, nein. Ich auch nicht, Buggy. Okay, Leute. Wir können jetzt mit Weltraum-Roboter 3 anfangen. Sind alle bereit? Sehr schön. Also legen wir los. Und... ...Action! Keine Sorge, D-1-1-D. Ich beschütze dich vor dem bösen Weltraum-Roboter. Oh, Leo. Leo, sei bloß vorsichtig. Psst, Bob, wir filmen gerade. Fürchte dich nicht, D-1. Dein Held ist da. Was tut er nur? Er spielt den Helden. Ich find's nicht sehr heldenhaft. Er sollte nicht da oben sein. Das ist gefährlich. So. Ach. Oh, Vorsicht! Meine Rakete! Oh! Oh! Hör mal, Leo. Diese Rakete ist nicht für Leute in deiner Größe gebaut. Sie ist nur für kleine Roboter gedacht. Wir holen dich da jetzt runter, aber du darfst dich nicht bewegen. Okay? Bob, ich bin doch im Film. Ich muss mich bewegen. Oh! Leo! D-1-1-D! Hast du dir wehgetan? Es geht mir gut, glaube ich. Ist wirklich alles in Ordnung bei dir? Mir geht es gut. Aber seht euch nur die Rakete an. Oh! Oh! Das ist das Ende von D-1-1-D. Hurra! Oh, äh, Entschuldigung. Und es ist auch das Ende meines Films. Oh nein, es tut mir so leid. Besser? Ja, mir geht's gut. Ich werde nur niemals Weltraum-Roboter 3 sehen. Und sonst auch niemand. Es sei denn, es gelingt uns D-1-1-D zu reparieren. Äh, wir bauen einen ganz neuen D-1-1-D. D-1-2-D. Ich befürchte, es dauert Monate, einen neuen Roboter zu bauen und nicht nur ein paar Stunden. Was ist, wenn wir D-1-1-D zusammenflicken, ihn auf Räder stellen und über Seile bewegen? Ja, aber die Zuschauer werden die Seile sehen und welcher tolle Weltraum-Roboter hängt schon an Seilen. Oh. Oh, arme Sophie. Jetzt wird sie niemals ihren Weltraum-Helden treffen. Hey, wartet mal. Sophie kann D-1-1-D perfekt nachmachen. Ja, und außerdem hat sie dieselbe Größe. Denkst du das Gleiche wie ich, Leo? Ich denke schon, Bob. Wendy, kannst du die Rakete reparieren und alles wieder aufbauen, während Leo und ich uns um D-1-1-D kümmern? Zusammen schaffen wir das ganz bestimmt. In diesem Fall gibt es nur noch eins zu sagen. Action! Oh. Oh je. Ich warte seit Ewigkeiten darauf, dass die Bauarbeiten beginnen. Das kann ich verstehen. Das sind wichtige Zeiten für Hochhausen. Äh, Bob. Ich weiß, dass so ein Hochhaus nicht in einer Stunde gebaut werden kann. Ich glaube, ihr müsst euch das ansehen. Ich kann doch verlaufen. Buggy ist da auf etwas gestoßen. Wendy? Hm. Das ist viel zu tief, Buggy. Ich habe doch gesagt, so tief wie drei Schulbusse schon vergessen. In dem Loch kann man eine ganze Busflotte unterbringen. Tja, mal sehen, auf was du gestoßen bist. Das sieht aus wie ein Stück Mauer. Ich glaube, wir sollten das Loch wieder auffüllen. Warte, Buddle. Wenn man etwas beim Graben findet, was da nicht hingehört, muss man die Arbeit sofort stoppen. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber diese Mauer könnte sehr alt sein. Und außergewöhnlich. Ich rufe jetzt gleich Joscha Khan an, den Archäologen. Den Archie, wie was? Den Archäologen. Das sind Leute, die uns viel über die alten Zeiten erzählen können, weil sie Sachen gefunden haben, die seit Hunderten von Jahren vergraben waren. Oho. Das sind Fachleute, die alte Sachen ausgraben. Ich habe gedacht, das bin ich. Ich glaube, du hast für heute genug ausgegraben, Buggy. Ja, da gibt es keinen Zweifel. Dies ist wirklich eine der spannendsten Entdeckungen seit Jahren. Das ist außergewöhnlich. Schlechte Neuigkeiten. Hier unter der Erde liegen Überreste einer Mauer aus der Römerzeit. Von einer Festung oder einem Haus vielleicht. Oh, Römer. Was ist das? Die alten Römer lebten hier vor ungefähr 2000 Jahren. Sie waren großartige Baumeister. Oh, genau wie wir. Da wir von Bauen reden, Professor Kahn, was meinen Sie, wann können wir weiterarbeiten? Tja, schwer zu sagen. Ich schätze mal etwa in einem Monat. Ein Monat? Das ist ewig. Ich habe das an einem Morgen geschafft. Ja, ja, aber im Vergleich zu dir graben wir sehr langsam und vorsichtig. Kein Wunder, dass es bei euch so lange dauert mit diesen weichen kleinen Bürstchen. Tja, sieht so aus, als müssten wir die Arbeiten für eine Weile unterbrechen. Hallo zusammen. Auch das noch. Ich soll der Bürgermeisterin berichten, wie es vorangeht. Tut mir leid, Herr Brauer, aber hier geht zurzeit gar nichts mehr voran. Keinerlei Fortschritte? Oh, das ist gar nicht gut. Das wird Frau Bürgermeisterin Baugroß gar nicht gerne hören. Kommen Sie einfach in mein Büro. Ich mache uns einen Tee. Die Becher sind neun Zentimeter tief. Gut. Das ist wirklich sehr großzügig. Ich verstehe nicht, warum man so ein Getue macht um ne Ladung kaputter Blumentöpfe. Das sind keine Blumentöpfe, Herr Buggy. Diese Amphore benutzten die Römer für Wasser. Oh, was haben wir denn hier? Aber was sage ich jetzt Bürgermeisterin Baugroß? Sie denkt, hier läuft alles absolut faszinierend. Vorsichtig. So kann sie nicht fliegen. Der ganze Beton klebt noch an ihr. Dann müssen wir ihn schnell abkriegen, bevor er trocknet. Vielleicht. Ja, Heppo? Könnten wir Stella in deiner Werkstatt mit der großen Waschanlage sauber machen? Das ist eine tolle Idee. Aber vielleicht sollte Buddel sie auf seiner Ladefläche dahin bringen. Das tue ich gern. Ich bringe sie sicher dahin. Ich möchte sie fahren. Ich bin an allem schuld und mache das wieder gut. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit, Heppo. Es geht einfach schneller, wenn Buddel sie fährt. Wenn du dich um Stella sorgst, kannst du ja mitkommen. Du hast recht, Wendy. Wir müssen zusammenarbeiten. Dann rollen wir mal los. Oh, Stella, sieh doch nur. Wie du glänzt für deinen großen Flug. Sie kann nicht sprechen, Buddy. Ich weiß. Wir haben noch ein Problem. Der Fallschirm ist zerrissen und wir haben keinen Ersatz. Ohne Fallschirm kann Stella nicht in den Weltraum. Wie soll sie denn sonst wieder sicher zur Erde zurückkommen? Bob? Ich weiß, wie wir den Fallschirm reparieren können. Heppo, bitte ganz vorsichtig. Sehr gut gemacht. Jetzt fahren wir zum Kontrollzentrum. Seid ihr bereit für den Start? Ja! Und? Fliegt Stella endlich los? Ich halte es einfach nicht mehr aus. Das verstehe ich. Geduldig sein ist echt schwer, Tim. Jetzt geht's los. Alle zusammen. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Was ist das denn? Was ist passiert? Entschuldige, Bob. Das ist alles meine Schuld. Ich wollte doch nur helfen. Nein, Heppo. Eigentlich ist es vielmehr meine Schuld, Bob. Ich habe die Höhe und die Breite des Tyrannosaurus verwechselt. Wir konnten das Skelett nicht durch die Tür kriegen. Also haben wir es zerlegt. Und jetzt wissen wir nicht mehr, wie die Teile zusammengehören. Ich bin sicher, wir können es schaffen. Oder nicht? Oh je. Es sieht wie ein Puzzle aus, nicht wahr? Wir bräuchten ein Foto, wie er aussah, bevor ihr ihn auseinandergebaut habt. Wartet. Aber natürlich. Natürlich war es. Wir haben ein Foto vom Dino. Leo hat vorhin ein paar Handyfotos gemacht. Das stimmt. Du hast recht. Oh. Dahin gehört das Teil also. Oh ja. Fantastisch. Fantastisch. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Bringen wir alles in Ordnung, bevor die Bürgermeisterin hier ist. So. Wir sind fertig. So ein Glück. Jetzt bin ich beruhigt und kann endlich in Ruhe mein Wurstbrot essen. Ja. Nein, warten Sie. Was? Da fehlt noch ein Knochen. Aber das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Wo kann er nur sein? Oskar. Und jetzt? Oskar, sei ein braver Hund. Gib uns den Knochen. Komm schon, Oskar. Gutes Hundchen. Gibt uns jetzt den Knochen. Bitte. Ach du meine Güte. Die Bürgermeisterin ist jede Sekunde hier. Wenn wir nur irgendwas hätten, was wir ihm anstatt des Knochens anbieten könnten. Vielleicht hat er ja Lust auf ein Wurstbrot. Aber das ist mein Mittagessen. Ich glaube, ich höre schon den Wagen von der Bürgermeisterin. Und das ist mein Wagen von der Bürgermeisterin. Okay, Heppo. Lass den Haken runter. Haken kommt. Das ist mein Wagen von der Bürgermeisterin. Und das ist mein Wagen von der Bürgermeisterin. Noch nicht ganz, Heppo. Wir müssen uns mächtig beeilen, um den Park fertig zu kriegen. Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das! Das ist mein Wagen von der Bürgermeisterin. Frau Bürgermeisterin, wir sind fast fertig für Ihren Besuch im Dino-Park. Sehr schön, Bob. Es freut mich, endlich alles sehen zu können. Und mich erst. Diese Bieste aus der Kreidezeit fand ich schon als Kind sehr interessant. Ach, wie aufregend. Besonders unser Topstar Triceratops interessiert mich. Die Ravental-Modelle bewegen sich ja nicht, wie du weißt. Oh, Sekunde. Ich habe leider was vergessen. Gedulden Sie sich noch zwei Minuten. Okay, Kumpels, wir sind fertig. Noch nicht ganz. Hä? Hä? Wieso macht er denn keine Geräusche? Durch den Sturz kann er nicht mehr brüllen. Und die Bürgermeisterin ist hier. Wir haben keine Zeit zum Reparieren. Wartet! Ich kenne hier jemanden, der echt gut brüllen kann. Und wer ist das? Äh, Verzeihung, dass ich Sie warten ließ. Kein Problem, Bob. Ich bin froh, dass der Park rechtzeitig fertig wurde. Können wir? Oh. Ich bin sehr beeindruckt. Oh, das ist ja großartig. Fantastisch. Ich war der Meinung, der macht Geräusche. Oh. Oh. Und einige Teile der Burg Bauheim stehen hier schon seit Hunderten von Jahren. Oh. Seit der Zeit der Prinzen und Prinzessinnen und Ritter in glänzenden Rüstungen. Wow. So wie Sir Friedrich von Bauheim. Er war der erste Ritter der Burg Bauheim. Ich bin Sir Leo, ein Ritter in glänzender Rüstung. Attacke! Aber Bob, wo stürmt Sir Friedrich denn hin? Sieht so aus, als wollte er durch die Mauer da reiten. Angriff! Und genau hier werden wir heute arbeiten. Wisst ihr, wenn man sich die Burgpläne genau ansieht, war hier mal ein prachtvoller Torbogen. Sodass Sir Friedrich hier hindurchgehen und den Burggraben entlanglaufen konnte. Wir sollen ihn wieder freilegen, damit die Leute hier wieder durchgehen können. Ich sehe hier überall nur dicke, verschlungene Äste. Das müssen wir zuerst machen. Wir müssen beide Seiten der Mauer von den Ästen befreien. Also, lasst uns loslegen! Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder rufst ganz auf, steig ein! So, hier ist er, der alte Torbogen. Ich sehe nur Steine und, ähm, noch mehr Steine. Hier ist die gewölbte Form des Bogens, Buddel. Oh! Dies sind die uralten Steine. Und das hier sind die Steine, die man später benutzt hat, um den Eingang zuzumauern. Wieso hat man das gemacht? Vielleicht, um Drachen fernzuhalten. Oder böse Hexen. Das glaube ich nicht. Drachen und Hexen kommen nur im Märchen vor. Wirklich? Was ist das für ein Geräusch? Ist es ein Drache? Es kommt von der Statue. Die Statue lebt! Oh, es ist nur Herr Brauer. Ich hatte gehofft, es wäre ein Drache. Hallo, Herr Brauer. Hallo, Herr Brauer. Oh, ah! Ah, hmm. Ah! Alles in Ordnung, Heppo? Ja, nein. Weißt du, ich erschrecke mich andauernd, um ehrlich zu sein. Und Buggy ist nicht gerade hilfreich. Was? Was hab ich getan? Ich hab nur den Dadadada benutzt, so wie immer. Du meinst den Bohrer. Ich liebe den Dadadada. Ja, das tust du. Einer kommt, einer fährt weg. Perfekte Planung. Willst du die Träger nehmen, Schleppo? Ich kümmere mich später darum. Ich klappel sie erst mal übereinander. Oh. Ah. Ah. Oh, Buggy, hör auf damit. Das war ich doch gar nicht. Schleppo hat den Krach gemacht. Das nennst du Krach? Ich weiß noch, als ich quer durch Island fuhr und nur einen Vulkan als Gesellschaft hatte. Also das war laut. Ich fahre jetzt und arbeite da, wo es leiser ist. Vielleicht brauchen Bob und Wendy etwas Hilfe. Und Abriss, Buggy reißt weiter Wände ab. Aufgepasst, ich komme. Bob. Ja. Bob. 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 Wände. Wände. Hast du dir wehgetan? Ich glaube, noch mehr Aufregungen ertrage ich heute nicht. Du musst ein bisschen besser aufpassen. Wir waren gerade dabei, die Wände abzureißen, als du gekommen bist. Ich wollte nur wissen, ob es einen ruhigeren Platz zum Arbeiten gibt. Ruhiger? Wir bohren, hämmern, zerschlagen Dinge. Da ist es nun mal laut. Das klingt nicht nach dir, Heppo. Was ist los? Ich glaube, ich bin etwas aufgeregt, weil der Schornstein gesprengt werden soll. Das wird auch sehr laut werden. Aber bis dahin ist der Rest fertig. Wir sagen dir Bescheid, wenn es soweit ist. Du musst keine Angst haben. Okay, Bob. Ich werde es versuchen. Hast du schon die Träger zur Seite gelegt? Schleppo will sie zum Recyclinghof bringen. Einige fehlen noch. Danke, Bob. Buggy? Bist du hier irgendwo? Abriss, Buggy! Gott sei Dank. Keine Sorge, Jenny. Nur ein kleines Problem mit den Steinen. Bob kriegt das schon wieder hin. Was ist passiert, Buggy? Es tut mir so leid, Bob. Ich wollte dem großen wilden Bären einen großen, hohen Berg bauen, auf dem er sich richtig wohlfühlen kann. Entschuldige, Bob. Es tut mir auch sehr leid, Bob. Ich hätte es wissen müssen. Nein, Heppo. Ich habe euch dazu überredet, ihn höher zu bauen. Es tut mir leid. Das ist alles meine Schuld. Jenny ist ganz verzweifelt. Ich hoffe, du hast einen Ersatzplan, Bob. Ich hatte den Berg nicht so hoch geplant, wie Buggy ihn wollte. Aber ich finde seine Idee gut. Prima! Ja? Und? Wenn wir Kies und Beton für den Untergrund wählen, anstatt Kies und Erde, könnten wir vier verschiedene Ebenen bauen, statt drei. Kannst du uns den Zement bringen, Schleppo? Ich mache mich gleich auf den Weg und dann hole ich den Bären. Danke, Schleppo. Immer gern, Bob. Und wir werden jetzt alle besonders hart arbeiten, um fertig zu werden. Das werden wir tun, Bob. Was immer du sagst. Du kannst dich auf uns verlassen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Du kannst dich auf uns! ARD Text im Auftrag von Funk Gute Arbeit, Team! Was hältst du von unserem neuen Berg, Buddy? Viel größer und besser als ich es mir je vorgestellt hab! Du bist einfach klasse! Er ist da! Er ist da! Der Bär ist angekommen! Oh, Bob! Das ist wunderschön! Ich danke dir vielmals! Diese Kiste ist ja riesengroß! Da muss ein großer wilder Bär drin sein! Wenn er da drin ist, ist er aber sehr ruhig! Wir werden ja sehen! Hebst du ihn in sein Gehege? Klaro, Bob! Wo ist der Bär? Oh, ist es ein wilder Bär? Da ist er! Ja! Recht! Besonders, wenn keiner zum Spielen da ist! Aber Bob hat ja völlig recht! Ich sollte mich ausruhen! Möwi! Ja! Wollen wir spielen? Ich sehe was, was du nicht siehst! Willst du zuerst? Okay! Ich fang an! Ich sehe was, was du nicht siehst! Oh! Diese flackernde Glühbirne ist das Aufregendste, was ich heute gesehen hab! Besser, ich sag das, Bob, falls das eigentlich ein, äh, Feuer ist! Oder es ist ein Signal von Außerirdischen! Oder, 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 ah, ich sag's, Bob! Das dauert nicht mehr lange, Fritti! Wir bauen jetzt die Gefriertruhe ein, dann kommt das Dach drauf! Fantastisch, Bob! Dann hol ich jetzt das Eis, er! Buggy an Bob! Bitte kommen, Ende! Hallo, Buggy! Bob hier! Hast du dich ausgeruht? Das hab ich versucht, Bob! Aber dann hab ich ne flackernde Glühbirne entdeckt! Oh, das ist nicht weiter schlimm! Oh, okay, Bob! Ich wollte nur keinen Fehler machen, falls es eigentlich was Ernstes ist! Zum Beispiel ein Feuer! Du hast doch gesagt, es ist eine flackernde Glühbirne! Du hast möglicherweise recht! Möglicherweise ist es kein Feuer! Hm, ich fahr lieber hin! Okay, Buggy, Buddel und ich kommen so schnell wie's geht! Und Ende! Na schön! Dann lass ich das jetzt runter! Dann war das gar kein Feuer, Bob? Nein, Buggy! Ein flackerndes Licht ist kein Feuer! Ich glaube, du hast schon wieder mächtig übertrieben! Entschuldige! So, dann ist hier ja alles in Ordnung und ich kann mit zum Strand kommen! Daraus wird wohl nichts, Buggy! Du bist einfach zu müde! Du hast mich jetzt schon zweimal wegen Kleinigkeiten hergeholt! Besser, du bleibst hier! Okay? Oh! Okay, Bob! Versuch dich auszuruhen! Auf geht's, Buddel! Zurück zum Strand! Bob hat recht! Ich sollte wirklich versuchen, mich auszuruhen! Ich muss jetzt schlafen! Vielleicht sollte ich Schäfchen zählen! Nein, die sind langweilig! Ich versuch's mit Reifen! Eins! Zwei! Hey! Was riecht da so? Hoch! Oh! Doppel hoch! Ein richtiger Notfall! Seid ihr gleich soweit? Wir wollen doch nicht, dass das köstliche Eis schmilzt! Wir sind gleich soweit, Fritti! Bob, hier ist Buggy mit dem echten Notfall! Was? Schon wieder einer? Hast du dich ausgeruht? Nein! Hier ist ein Feuer, Bob! Ein Feuer hier im Hof! Pass auf, Buggy! Du brauchst einfach noch Ruhe! Sonst wirst du nicht aufhören mit diesen Übertreibungen bei kleinen Problemchen! Aber Bob! Ruh dich aus! Ich schalt jetzt aus! Ich muss die Werkstatt retten! Aber wie nur? Oh! Ich heb die Tonne hoch! Ich bin ja aus Metall! Also, wenn Bob nicht zu dem Feuer kommt, muss ich das Feuer eben zu Bob bringen! Er weiß, wie man es löscht! Opa! Die besten Freunde helfen gern! Wir geben, was wir können! Wir sind ein Team, 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 Team! Jeder ruft ganz auf! Schlag ein! Einmal Sonnengelb und einmal Meeresblau! Diese Strandhütten werden richtig toll! Und die Farbe trocknet schnell an einem so sonnigen Tag wie heute! Ach du meine Güte! Bob! Wendy! Vorsichtig mit diesen Farbtöpfen! Wir wollen nicht, dass hier überall Farbkleckse sind! Wenn Flecken auf die Steine und den Sand kommen, ist hier alles... Keine Sorge, Herr Brauer! Das ist wasserlösliche Farbe! Ach so? Mit warmem Wasser geht jeder Fleck weg! Oh, mein Mülleimer! Oh je! So wird es hier nie sauber und aufgeräumt aussehen, Buddel! Entschuldigen Sie! Der Startprüfer kann jede Minute hier sein, um sich alles anzusehen! Genau genommen ist er vielleicht schon hier! Wirklich? Oh ja! Jeder, der sich dem Strand nähert, könnte der Prüfer sein! Also achte darauf, dass alles sauber und aufgeräumt ist! Oh, das kitzelt! Oh, hallo Möwi! Herr Brauer hat gesagt, jeder, der sich dem Strand nähert, kann der Prüfer sein! Aber wer ist es? Nein, wohl eher nicht! Die auch nicht! Halt! Warte! Und wenn es zwei Prüfer sind? Vielleicht haben sie ja Kameras in ihren Butterbroten versteckt! Vielleicht auch nicht! Vielleicht essen sie nur zu Mittag! Möwi, halt nach dem Prüfer, Ausschau! Huch! Der Prüfer! Er ist hier! Das muss er sein! Oh nein! Huhu! Der Prüfer! Der Prüfer kommt! Hä? Sei vorsichtig! Sei vorsichtig, Buddel! Halt! Ah! Ach, Buddel! Was soll das denn? Da ist der Prüfer! Wovon redest du, Buddel? Er ist da drüben! Er macht Fotos! Vom Strand und vom Meer! Der Nummer-ein-Strandprüfer! Hä? Oh! Sieht aus, als hätten die Sportis schon wieder einen neuen Taz eingeübt! Ja! Das war super toll! Das war wirklich klasse! Oh, danke, Bob! Und danke, dass ihr die Bühne für uns gebaut habt! Ja! Sie ist abgefahren! Wo wollt ihr hin? Wir arbeiten heute dort drüben, bei den Hochhausener Fernsehnachrichten! Wir bauen ein paar wichtige Dinge für sie auf! Stellt euch vor, die Leute vom Fernsehen wollen uns nachher filmen! Ja! Wir werden in den Acht-Uhr-Nachrichten sein! Ja! Dann machen wir uns besser an die Arbeit! Bis später! Bis dann! Wir sehen uns! Da sind wir, Team! Auf diesem Gelände werden die Fernsehnachrichten gemacht! Was genau müssen wir denn hier aufbauen, Bob? Tja, Leo! Direkt hier... ...stellen wir ein großes, drehbares Schild der Hochhausener Nachrichten auf! Und da oben kommt eine riesige Satellitenschüssel hin! Äh, was ist eine Satellitenschüssel? Ich zeige es dir, Heppo! Die Satellitenschüssel ist dazu da, dass das Hochhausener Fernsehen seine Programme ausstrahlen kann! Ist ja toll! Sie senden die Nachrichten ins Weltall, wo sie auf ein Gerät treffen, das man Satellit nennt! Echt? Ins Weltall? Der Satellit sendet dann die Nachrichten zurück auf die Erde, sodass die Menschen sie auf ihrem Fernseher oder ihrem Computer ansehen können! Das ist ja super! Also kann man ohne die Satellitenschüssel keine Nachrichten gucken! Und niemand kann die Sportis Hochhausen in den Acht-Uhr-Nachrichten sehen! Genau! Wendy und ich bringen das Schild und die Satellitenschüssel an! Leo und Heppo, ihr helft uns beim Heben und Transportieren! Ja, natürlich! Wir machen das schon, Bob! Hä? Hörst du das, Leo? Hm... Leo! Du und ich, wir sind ein Team! Äh... Team Heppo und Leo! Team Heppo! 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 Oh nein! Ich habe nicht mehr die höchste Punktzahl bei Fang den Fisch! Siehst du? Jemand mit dem Namen Flottafried führt jetzt! Du hast doch heute Abend noch genug Zeit, um wieder an die Spitze zu kommen. Oh! Ja klar, Bob! Also, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Oh, ich kann Dennis Blitz nirgendwo sehen. Ah, Leo! Hilfst du mir, die Pyrotechnik aufzubauen? Pyrro...was? Die Pyrotechnik. Also das Feuerwerk, das gleich die ganzen Funken versprüht, wenn die Pyrotechnik auf die Pyrotechnik aufzubauen. Wenn Dennis fliegt. Komm mit, ich zeig's dir. Wartet! Da ist der...Dennis Blitz! Jaaa! Oh nein! Er geht! Ich muss ihn kennenlernen! Okay, Leo. Das hier sind die Feuerwerkskörper. Sie leuchten auf und sprühen dabei lauter Funken. Aber von wo starten wir das Feuerwerk denn nachher? Von ganz da oben. Wichtig ist, dass die Funken später nur nach oben sprühen. Und deshalb zeigen die Öffnungen auch nach oben. Wenn die Öffnungen nämlich nach unten zeigen würden, könnten die Funken auf die Scheinwerfer treffen. Dann würde ein Feuer entstehen. Ganz genau. Aber da alle Feuerwerkskörper richtig rumhängen, kannst du sie jetzt hochfahren. Da ist er! Dennis Blitz! Dennis Blitz! Oh nein! Los, halt an! Oh, Buddel! Entschuldige, Leo, aber ich suche Dennis Blitz! Puh. Die Öffnung zeigt immer noch nach oben. Dennis Blitz! Dennis Blitz! Dennis Blitz! Dennis Blitz! Dennis Blitz! Dennis Blitz! Bob, der Baumeister? Oh, Dennis. Freut mich, dich kennenzulernen. Wow! Du hast einen Hammer! Und einen Meißel! Oh, ich liebe einfach alles, was mit Bauen zu tun hat. Sieh mal, Dennis! Ich hab einen Krass! Und ich kann toll buddeln! Dennis, wir müssen los. Karl will, dass ich deinen Sicherheitsgurt teste. Und ganz besonders mag ich Bagger und Kräne! Wow! Ihr seht super aus! Hm, das ist...